Gucken wir mal. Ja, mehr Anführer auf einmal gab es nicht. Da war ja die Pazzi-Verschwörung noch kleiner. Moment, ich habe eine Idee. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Inventar, Montur, Medi... Okay, Medici-Umhang. Ja, der ehemalige... Ich trage jetzt den Umhang des ehemaligen Herrschers. Wird mir das irgendein... Ja, klar. Ich trage den Umhang eines Feindes von Präsenz und werde hier willkommen geheißen. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht. Kommt, du... Kletter schneller. Fuck. Ich kriege den Vorsprung nicht. Wow, Stein. Ich will nicht hier oben runterfallen, wenn schon unten. Nein, nein, nein. Wow, huh, huh. Knapp. Wow, nein. Äh. Ist das... Ja, endlich. Äh. Huh. Knapp, knapp. Knapp, knapp. Knapp, knapp. Knapp, knapp. Knapp, knapp. 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 zu sein, eine Form des Gebets. Und wenn andere meine Kreationen anschauten und etwas von Gott darin erkannten, nun würde es sie ihm nicht auch näher bringen. Also hielt ich mich für einen Altruisten, ein Sprachrohr, einen Prediger, Führer derer, die den Glauben verloren. Ja, aber in Wahrheit wurde ich getäuscht. Der Teufel ist abgefeind und seine Kniffe vielfach. Ich hielt meine Arbeiten für Fenster. Doch in Wahrheit waren es Tore. Tore, die es seinem schlechten Einfluss erlaubten, hinauszudringen. Meine Kunst half den Menschen nicht, sondern vergiftete sie. Sie hätte Lust und Gier und Unmoral, wo vorher keine war. Ich wurde getäuscht. Äh, von dir selber? Nein, ich hab daneben geschlossen. Au! Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Lass mich aufstehen. Lass mich aufstehen, mit Hacken. Ich hab daneben geschlossen. Nein, verzieh dich. Bleib stehen. Ich bin eh schneller als du. Finde zu Gott zurück. Was? Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiesca den Pache. Mir fällt gerade... Ich hab gedacht, ich werde in Verhandlungslevel... Okay, ja. Ja, Verhandlungslevel. Äh, GTA, hallo? Nein, falsches Spiel. Obwohl, kann man... Ja, man kann es als Verhandlungs... Nein, ist kein Verhandlungslevel. Ich sollte mich vielleicht mal auf den Kampf konzentrieren, anstatt auf dem Anfang... Ach, egal. Oh ja, wie das nun jetzt heißt. Komm her. Man. Wer kämpft denn hier eigentlich andauernd? Wenn ich das richtig sehe, sind das hier unsere neun Stadtverwalter, unsere Besetzungen und ein flinker Super... Krüß dich! Sind das unsere Mönchs-Anhänger und die, äh, die Mönchs-Anh... Mönchs-Mönchs-Mönchs-Mönchs-Mönchs-T... Ach, die Anhänger von dem Mönchs-Mönchs-Mönchs-Mönchs... Und, äh, die ehemaligen Medici-Wachen. Obwohl, die Medici sind doch eigentlich weg! Serena Nautte! Also ich finde persönlich, die Die Medici waren ein besserer Herrscher, weil genau, woran kann man sehen, ob das Land von einem guten Herrscher regiert wird oder von einem schlechten Herrscher? Ganz einfach, guckt aufs Wetter. Immer wenn irgendein schlechter Herrscher ist, hat man ein Wetter, das hat man noch nie erlebt. Wann hat man schon mal so ein Wetter in Assassin's Creed gesehen? Autsch. Und es wird nicht sofort geschossen. Was heißt, wer hat schon mal so ein Dreckswetter in Assassin's Creed gesehen? Ganz einfach, alle die Fegefeuer der Eitelkeit haben. An und haben. So. Äh, äh, äh. Ach, das war Sprintsprung. Ach so. Ja stimmt, die Dinger können ich... die habe ich noch nie ausprobiert. Wow. Wow. Die soll ich vielleicht bei Gelegenheit auch in Ruhe lassen. Also ich zeige jetzt noch den Sprintsprung, obwohl ich... den habe ich noch nie gemacht. Der ist irgendwie an mir vorübergegangen. Äh, muss ich den jetzt verstehen? Auf das Sprungbrett sprinten? Nee. Nee. Doch, Sprungbrett sprinten. Sprintsprung, den muss ich irgendwie noch... den muss ich noch üben. Aus dem Weg. Oh. Schneller. So, ich rate... Boah, ich muss anonym werden. Mich verfolgt auch eine einzige Wache. Und wir machen die Flicke zum Dach runter. Tschüss. Die hat überlebt. Volk von Florenz. Kommt, sammelt euch. Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Irgendwie erinnert mich das immer mehr an Teil 1. Zuerst... Die... Das Eingangstor mit den Priestern... Kam auch in Teil 1 vor. Und jetzt diese... Die Szene erinnert mich jetzt immer, wenn man einen verhören musste. Diese Verhörmission aus Teil 1. Die sahen auch so aus. Seht ihr es nicht? Die Zeichen sind überall. Weil die Typen... Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption. Dies sind die Vorboten des Dunkels. Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben. Sonst wird es uns bald schon verschlingen. Ich. Nein, shit. Falsches Ziel. Ist jemand dabei ernst? Du wirst... Nein, nicht in die Re... Wow. Ich habe gerade gedacht, ich könnte in den Feuerhaufen reinspringen. An mir kommst du nicht vorbei. Noch komm ich. Noch komm ich. Euer Verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits. Alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat impache. Nichts ist wahr. Alles ist... Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Und ich muss aufhören, meinen Kontroller auf den Tisch zu legen. Wieso habe ich den... Wieso habe ich den Medici-Umhang jetzt nicht mehr? Autsch. Schneller. Ich würde mich ja gerne jetzt im Laufen umziehen, aber... Im Winter... Montur... Schlichter Umhang, Medici-Umhang... Venezianischer Umhang... Alter, ihr. Ach so, das liegt an der Erinnerung, dass ich den Umhang nicht nehmen kann. Äh... Hat er sich jetzt gerade selber mit dem Ding in den Kopf gehauen, oder wie gesagt, hat er jetzt so komisch... Ach, kusch. Kusch, 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 kusch. Geh weg. Kusch, kusch, kusch. Jetzt habe ich mich gerade wieder daran gewöhnt, Teil 2 zu spielen. Jetzt ist Let's Play auch bald wieder zu Ende. Wo waren jetzt... Unser Medici? Äh... Äh... Ne, nicht unser... Nicht unser Medici, unser MacClavelli. Da ist so eine Sprintstelle. Ah! So gehen die Dinger. Musst ihr ausrechnend dabei schreien? So. Äh, ich würde mal sagen, wir seh... Habe ich den? Nein, ich hab den auch mal nicht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Attentat. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Attentat.